S1 nach Frankfurt, Hauptbahnhof. Nächster Halt, Offenbach-Ost. Next Stop, Offenbach-Ost. S1 nach Offenbach-Hauptbahnhof. Nächster Halt, Offenbach-Ost. Next Stop, Offenbach-Ost. Liebe Fahrgäste, während der hessischen Osterferien ist vom 31. März bis 24. April der S-Bahn-Tunnel für den Zugverkehr gesperrt. Es kommt zu Fahrplanänderungen. Bitte informieren Sie sich vor Fahrtbeginn. Nächster Halt, Offenbach-Ost. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Offenbach-Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Offenbach-Ost. Exit to the left in the direction of travel. Nächster Halt, Offenbach-Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Liebe Fahrgäste, dieser Zug wird heute ab Offenbach-Ost umgeleitet und hält in Frankfurt-Süd. Die Halt zwischen Offenbach-Marktplatz und Frankfurt-Niederrad entfallen. Next Stop, Offenbach-Ost. Exit to the left in the direction of travel. Nächster Halt, Offenbach-Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Rhein-Main. Auf Wiedersehen. S1 nach Frankfurt-Hauptbahnhof. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung links. S8 nach Hanau-Hauptbahnhof. Nächster Halt, Stadion. Next Stop, Frankfurt-Stadion. Nächster Halt, Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Liebe Fahrgäste, dieser Zug wird heute ab Frankfurt-Stadion umgeleitet und hält erst wieder in Frankfurt-Süd. Die Halt zwischen Frankfurt-Niederrad und Offenbach-Marktplatz entfallen. Reisende in die Frankfurter Innenstadt steigen bitte in Frankfurt-Süd um. S8 nach Hanau-Hauptbahnhof. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Aufstieg in Fahrtrichtung links. S9 nach Hoptwache. Nächster Halt, Hoptwache. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Umstieg zur U-Bahn. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Wahn-Rhein-Main. Auf Wiedersehen. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Frankfurt-Süd. Nächster Halt, Frankfurt-Hauptbahnhof. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Die Sitzungfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Wahn-Rhein-Main. Nächster Halt, Frankfurt-West. Es besteht Übergang zur S-Bahn sowie zum übrigen Regional-Verkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Wahn-Rhein-Main. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Rödelheim. Nächster Halt, Rödelheim. Nächster Halt, Rödelheim. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9 sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Rhein-Main. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof bzw. Offenbach-Ost. Vom 31. März bis 24. April. Nächste Station. Hauptbahnhof. Fahrtende. Bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zu den Regional- und Fernzügen, den Fernbussen, allen S-Bahn-Linien, zur U-Bahn-Linie U4, den Straßenbahn-Linien U11, U12, U14, U16, U16, U17 und U21 sowie zu den U-Bahn-Linien U37, U46 und U64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Station. Central Railway Station. End of line. Please read the train. Change here for long-distance trains and buses. Regional trains. All suburban trains. Underground line U4. Train lines 11, U14, U14, U16, U17 und U21. Add bus lines 33, U37, U46 und U64. Exit on the right. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptwache und Südbahnhof, beziehungsweise Offenbach, Ost vom 31. März bis 24. April. Nächste Station. Konstabler Wache. Zeilen. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9. Zu den U-Bahn-Linien U4, U6 und U7. Zu den Straßenbahn-Linien 12 und 18. Sowie zur Bus-Linie M36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Station. Konstabler Wache. Zeilen. Change hier vor Suburban train. S1 bis S6, S8 und S9. Underground lines. U4, U6 und U7. Train lines 12 und 18 und bus line M36. Exit on the left. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptwache und Südbahnhof, beziehungsweise Offenbach, Ost vom 31. März bis 25. April. Nächste Station. Oberursel Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S5, zu den Busslinien des Stadtverkehrs Oberursel, sowie zu den Regionalbussen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptwache und Südbahnhof, beziehungsweise Offenbach, Ost vom 31. März bis 24. April. Nächste Station. Südbahnhof. Fahrtende. Bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zu den Regional- und Fernzügen. Zu den S-Bahn-Linien S3 bis S6. Zu den Straßenbahn-Linien 16 und 18. Zu den Busslinien 45, 47, 48, 61, X61, X77 und 78, sowie zu den Regionalbussen. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptwache und Südbahnhof, beziehungsweise Offenbach, Ost vom 31. März bis 24. April. Nächste Station. Hauptwache, Pfeil, Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, sowie zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptwache. Und Südbahnhof, beziehungsweise Offenbach, Ost vom 31. März bis 24. April. Nächste Station. Ausnahm der Wache, Pfeil, Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, den U-Bahn-Linien U4 und U5. Zu den Straßenbahnen in 12.8 Uhr, so gut zu Busen, U36, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptwache und Südbahnhof, beziehungsweise Offenbach, Ost vom 31. März bis 24. April. Nächste Station. Walzerstein. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S6, sowie zu den Buslinien 63, 66 und 69. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsprung zwischen Hauptwache und Südbahnhof, beziehungsweise Offenbach, Ost vom 31. März bis 24. April.